Kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich hab dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft. Eine Berühmtheit. Wie in diesem Film. Diesem Gefängnisfilm. Wie ist er noch gleich. Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild. Es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer. Und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal, manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus. Und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Wow, Intro ist ja schon nice. Also hi, wir spielen heute Control. Also wir sind hier irgendwie im Federal Bureau of Control. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier irgendwie ein stranges Haus ist. Und die ganzen Hintergründe und so weiter sind mir nicht ganz klar. Aber, gucken wir mal. Bewegen, Kamera anpassen, ist klar. So, jetzt aber mal schauen, was man hier eigentlich machen kann. Wir müssen da hinten durch das Kontrollding hier durch. Okay. Geht das so ohne weiteres? Kann auch einfach rüber, oder? Okay. Dinger ausmachen geht nicht, ne? Okay, aber ist egal. Wir sind hier erstmal durch. Keinen großen Alarm ausgelöst. Und that's it. Ist ja schon mal ganz gut. Alles grün. Die Tasche finde ich nice. Aber können wir ihn hier mitnehmen. Okay. Was ist das hier? Münstelefon. Okay. Warte rauf. Gucken wir mal. Okay. Alle Türen gehen irgendwie von selber auf. Voll spooky, aber egal. Nichts kartografiert. Nichts kartografiert. Okay. Was können wir noch machen? Egal. Wir werden schon nochmal irgendwie tutorialmäßig hören, was Sache ist. Aufzeichnung. Pipapo. Okay. Sammelordner öffnen. Sammelordner öffnen. Okay. Gegenstände. Materialien. Alter. Tun wir hier. Okay. Also Materialien können wir irgendwie sammeln. Mischen. Okay. Keine Mission. Das ist ja ein bisschen blöd. Okay. Sammelobjekt. Wow. Krass. Mhm. Okay. Verstehe. Ausrüstung irgendwie. Puh. 1 von 24. Waffenmodifikationen. Ich habe noch nie mal eine Waffe. Erstmal gucken. So. Erster Raum. Da kann ja nicht so viel drin sein. Tür ist wieder zugefallen. Boah. Die Soundkulisse ist mega. Also das können wir sagen. Boah. Erstmal gucken. Okay. Das haben wir eben in der Intro gesehen. Lass uns mal gucken. Knapfin drücken. Nö. Bisschen Alarm machen. Okay. Das geht. Noch eine Tasche. Alter. Bild von eben. Kann man nicht mitnehmen. Aber wir gucken mal alle Räume an. Waschraum. Toilette. So. Kommen wir da nebenan. Kommen wir da rein. Hier. Ja. Aber es bringt alles nichts. Die Herren Toilette. Okay. Angeguckt. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich dich gesucht. Und hier sind sie. Direkt vor meinen Augen. Okay. Was du besucht? Kann man irgendwie... Nö. Da kann man nicht rein. Windwand. Okay. Hinten ist eine Tür. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir da reinkommen. Nice Sachen. Was gibt es hier? 1000 Jahre alte Erdnüsse oder so. Oder Schokoriegel. Okay. Mal gucken. Schriftverkehr. Katsching. Katsching. Sicherheitsanordnungen. Bisschen viel ausgeschwärzt. Naja. Gut. FPC. Mal gucken. Okay. Und das war dieser Raum, würde ich sagen. Hier kommt man nirgendwo rein. Da hinten ist eine Tür. Okay. Also vielleicht von der anderen Seite. Mal gucken. Ich höre irgendwie jemanden summen und brummen und stimmen. Guck mal, mal gucken, ob noch mehr ausgeschwärzt ist. Hallo. Hallo. Da hinten putzt man. Erstmal hier gucken. Da hört Mucke. Hey. Entschuldigung. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeister Assistentin. Du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Ahti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich hab dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen... ...und sag lieber nix. Es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam warten kann. Aber für mich hat Ahti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor. Ohne Gesicht. Und weiter geht's. So, Hausmeister putzelt. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Ja. Korrekt. So. Und kriegen wir eine Axt? Ja, schön, wenn wir eine hätten. Okay. Voll neblig. Katsching. So, das ist auf jeden Fall der... Ach, noch eine Toilette. Okay. Wir gucken alles an. Ich gebe nicht auf, dass ich hier irgendwann mal irgendwas finde. Hallo? Nein. So. Und das war wieder eine Toilette. Hm. Es sind drüben auch eine. Warum war denn unten... ...unten war keine. Okay. Das ist der Fahrstuhl. Da sollen wir rein. Ganz ein Bildchen hier. Okay. Und hier geht Treppe nochmal runter. Okidoki. Verstehe. Und es gibt auf jeder Etage so ein Ding. So crazy Ruhrpost. Okay. Also hier wieder raus. Es geht um den Fahrstuhl. Oder hier die Loris Picks. Na gut. Kommt ja noch. Er hier auch. Okay. Wir kommen im ältesten Haus. Dringe tiefer in die Behörde ein. Das mache ich doch gerne. So. Katsching. Meine Zelle und das Poster. Ich war elf, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Helfst du mir? Ich werde es mir nichtанию. Ich bin dran. Ich werde es mir drin. Ich werde es mir für mich gerne nehmen. Dann habe ich mir nicht überrascht. Ich will das Poster blick. Ich werde es mir verletzureißen. Und dann habe ich mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich würde ihn nicht stören, okay. Alles klar. Oh, was ist jetzt los? Okay, das ist das Büro des Direktors, verstehe. Das hört sich nicht gut an. Wir gucken trotzdem rein. Oh. Karte ein, okay. Christ. Okay, sehr interessant. Was haben wir hier alles? Sehr klar, dass wir ihn da angucken. Nices Tonbandgerät. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWI, gewandelten Weltereignissen. Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde. Zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt, der hat gewonnen. Was zum Teufel ist das jetzt? Das war's. Okay, was ist das für ein Vogel? Okay, der ist nicht so freundlich. Okay, nice. Kachin. Okay, verstehe. Krass. Es ist einfach krass. Mal zwei, okay. Zielen, schießen, weiß. Er lädt sich wieder auf, automatisch, cool. Okay. Sie sind nicht im Einsatz, ist ja klar. Okay, lass mal weiterschauen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein pervernes Versteckspiel, ein Angriff Pflichtensdirektor, die Behinderung schütten Nötig für das Überleben, Leiden, verpflichtend Hast du das Gas gehört? Das ist der Tote Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach Und es war nur Rauschen Und ich habe jedes Wort verstanden Und diese Waffe lebt Weißt du was? Cool, die Pulsitzer, ne? Froh hier zu sein Draußen ist es ruhiger geworden Ist das sicher? Man weiß es nicht Lass mal gucken, hat er was Schönes liegen? Oder er selber Sieht jetzt nicht so gut aus, ne? Okay Aber ich würde nur sagen Hier ist sonst nix mehr, ne? Okay, wir gehen wieder raus Alter Was zum Teufel? Das sah eben anders aus Scheiße Ja Du darfst das nicht zulassen. 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 Du darfst das nicht. Krass. Okay. Puh, hat sich jetzt irgendwie tausend Sachen verändert oder? Nee, da kommen wir immer noch nicht rein. Oh! Okay. Okay, die Jungs nerven ab. Also alles, was hier rumrennt, erst mal niederballern oder was. Keine Ahnung. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob sie irgendwas getan hat. Oder ob jetzt zum Beispiel da der Fahrstuhl aufgegangen ist. Oder die Tür hier. Central Executive. So, wir brauchen hier irgendeine Karte oder sowas. Zugangszeug. Die haben jetzt nichts mitgebracht, die Jungs hier, ne? Nicht, dass hier jetzt irgendwie groß was rumliegt. Ist er passt da? Nee. Also, wir gucken nochmal vorne, diese Tür, die war ja eigentlich zu. Immer noch. So. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert mit, äh, wie kriegt man denn das alles hin? Das hat sich total verändert. Eben alles. Wir gehen mal raus nochmal. Gucken nochmal, ob sich jetzt hier auch noch was verändert hat. Oder hier noch mehr Typen rumrennen. Alter, wollt ihr mich vor dem Weg? Alter, hat sich total verändert, was ist, wie funktioniert das hier? Nein, sagt der Tote. Okay. Wer schießt da? Wo ist er? Da war noch einer, oder? Da sind nur noch. Er ist weg. Ah, sind aber noch jede Menge. Hm. Okay, was ist das hier? Ah, okay. Man kriegt hier irgendwas. Alter, ist das strange. Junge. Das Ding ist offen. Alter. Ist das krass. Ah, du hast die erhöht. Das Zischen. Dieses Geräusch ist ansteigend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann. Alter, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich gucke jetzt nochmal zurück. Das kann jetzt nicht wahr sein. Es verändert sich alles. Was ist jetzt passiert? Hallo? Uh. Ist das normal? Ist das normal? Ich hoffe nicht. Ein Bug oder ein Feature? Ah, das ist schon besser. Bewegt sich wieder vernünftig. Also, die Tür ist offen. Shelter. Max Oakley of Six Persons. Okay, jetzt erst mal da nicht rein. Was gibt wieder zu los? Ja. Boah, ist das krass. Also, ich würde mal sagen, ich gucke mir diesen großen Raum jetzt erst nochmal an. Riesen-Großraum-Büro. Schriftverkehr. Jede Menge Zeug hier. Bam, bam. Okay, mal kurz in die Tische nochmal gucken. Alter. Da ist noch eine Tür. Erinnerung. Wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung erleben, verfolgen Sie diese einfachen Schritte. Eins. Durchsuchen Sie den Raum nach gewandelten Objekten oder Objekten der Macht. Zwei. Tragen Sie dieses Objekt in den nächsten sicheren Raum. Drei. Warten Sie, bis die Mitarbeiter der Behörde Sie und das Objekt finden. Wenn sich keine derartigen Objekte in der Nähe befinden, dann erreichen Sie Ihren Vorgesetzten über die nächstgelegene Gegensprechanlage. Ja, das gucke ich dann. Mein Vorgesetzten. Oh. Nice. Guck mal hier, auf der Toilette ist was. Nope. Ich weiß nicht, ob ich nochmal in eine Toilette reingehe. Warum ist die offen? Wir wissen es nicht. Ey, es hat sich alles verändert, ne? Oder es ist jetzt halt irgendwie... Schriftverkehr ziehe ich mir gleich alles rein. Ich will einmal gucken, was jetzt hier ist. Es ist sehr groß. Noch eine Toilette. Ich habe gesagt, ich gehe in keine Toilette mehr, aber... Sprachs und hat's. Alter, da hinten wird das Rot. Rot hört sich für mich nicht gut an, ne? Es sieht auch nicht gut aus. Moment mal, bin ich jetzt einmal im Kreis rum und bin wieder da, wo ich herkam? Ja, ich glaube schon. Da hinten ist das Ding. Also, nochmal. Central Executive, da sind wir. Das haben wir uns hier mehr oder weniger als angeguckt. Ist das hier alles irgendwie... Das ist krass, ne? Manche Sachen kannst du hier so wegbolzen. Okay, was ist mit diesem Shelter? Was zum Teufel ist das? Hab etwas und geht das wieder zu? Ich kann mich hier verbunkern, oder was? Ist das krass, ich habe keine Ahnung, was das ist. So, lassen wir nochmal zumachen. Plong. Was hier bei Typen rumfliegen, ist echt der Wahnsinn. So, lass uns kurz nochmal gucken. Gegenstände. Haben wir jetzt Zeug noch eingesammelt. Was war das hier? Konzeptmaterial. Okay. Katsching, katsching, katsching. So, Sammelobjekte. Da ist er. Direktor Trench. Okay. Ist noch gar nichts, ne? Die eine kleine Waffe haben wir. Alles gut. Sammelobjekte. Abendessen, Reservierung. Okay. Wir sind 46. Okay. Multimedia. Das sind die beiden Dinger, die ich da gesehen habe, ne? Und angehört habe. Boah, ich sage es mal so, wir bleiben hier also irgendwann erstmal drin in dem Ding. Ich bin ein bisschen geflasht. Und ja, wir gucken dann, wie es weitergeht dahin in der, ich sage es mal, Geschäftsleitung, zentrale Geschäftsleitung. Gucken wir uns mal, wie es mal ist. Sehr strange, aber cool. Mehr beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.